Hallo Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Blau Kaiser mit dem Lenny und wir erkunden jetzt erst einmal FATS Orania City, aber bevor wir das tun, erstmal ordentlich ins PokéCenter. So, topfit kommen bald wieder, haben wir ja auch schon mal geklärt, dass das irgendwie ein eigenartiger ersetzt von der sonst so wohlgestimmten Schwester Joyce, ne? Der gibt uns ne Angel durch, I'm the fishing guy, ich liebe es zu fischen, was ist mit dir? Oh ja, alter, fischen ist richtig cool, cool, du bist mir voll sympathisch, ich kenne dich überhaupt gar nicht, aber du magst fischen genauso wie ich, also schenke ich dir einfach so meine Angel. Meine Fresse, war das jetzt weird, aber okay. So, erstmal ne Angel geschnappt, gesnackt, geklärt, warum auch immer, mit der Angel kann man sowieso nur Kaper drauf fangen, das ist total bescheuert eigentlich. Markt. So, erstmal, ich hab hier so einen Speichertag, ihr kennt mich ja eventuell. So, ähm, hi there, hi, 8500 inzwischen, sehr gut. Ähm, PokéBälle brauchen wir auf jeden Fall, aber sollen wir die jetzt holen oder sollen wir uns die später holen? Äh, was ist das Rappel eigentlich nochmal? Ist das das Fluchtseil? Das sollten wir uns definitiv merken für die Höhle. Aber jetzt erstmal so ein paar Status, äh, wie der Hersteller, Dingsbumskirchen, so. Äh, Paralyse wird, denke, wichtig. Ja, 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 okay, danke. Ähm, Supertrank, oh ja. Da, da gehen wir mal nicht so viel aus, aber drei Stück sollten es dennoch sein. Das sind 2100 PokéDolle. So, mein Freund. PokéBall, jetzt oder, jetzt oder nie, jetzt oder nachher. Ähm, nachher. Wer weiß, wer weiß, was noch so auf uns wartet. Ich bin so ein bisschen verwirrt gerade, weil ich gar nicht weiß, wie wir, ach, warte, hier ging es doch, ja, nicht großer, ach so, ah, ja, das ist praktisch. Das ist die Dichterhöhle. Ich mag die Dichterhöhle. Warum sollte man sie auch nicht mögen? Weil, sie sieht immer noch genau, immer noch genau so aus, ne? Ja, da ist nicht, okay, dann muss ich das ja jetzt nicht erstmal, erstmal nicht. Obwohl, ich könnte mir PokéBälle holen, wobei ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie ich da hinkommen soll. Das ist mal so, ich muss wahrscheinlich hier unten lang. Und dann könnte ich mir ein Dichterhöhle fangen und das hochpetteln, weil ich mag Dichterhöhle. Ich hole mir eigentlich immer ein Dichterhöhle erst. Ach, bis das kommt. Los geht's! Nicht morgeln! Ach, quatsch, ich doch nicht. So. Der junge Hipster möchte mit uns kämpfen. Ähm. Wieso habe ich den Smack-Pro immer noch vorne? Den Beut ich gar nicht mehr da vorne. Das ist nämlich gar nicht so gut. Genau aus dem Grund. One-Hit-K.O. Motherfucker. Los, Sherlock, räche unseren guten Partner. Ach, apropos guter Partner. Ich habe noch schon vergessen, loszunehmen. Ach, ich muss sowieso nochmal in die Stadt. Von daher kann ich auch da PokéBälle holen. Ja, komm. Warte mal. Der Moment. 36. Der Moment. Was? Musen immer stärker werden entwickelnd. Oh, ja, 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 ja. Dein Schlock wurde zu Tütert. Nein. Als ob ich Sponschmaß bin. Also, wer kommt denn jetzt auf die Idee? Ha-ha, mein Freunde. Ja. Tut mir leid. Ich habe gerade, was weiß ich. Ich bin gerade erst Trailer geworden. Na, ich spöre, der hat jetzt... Radfratzer will 1000. Und seinen Bonzer Ehren geschenkt bekommen. Der Die Fresse. So, das geht ja noch. Aquaknarre. Es ist wirklich ein bisschen peinlich, einen Turtok jetzt zu haben, dass immer noch drei Attacken kann. Eine davon ist Tackle. Ich könnte ihm Blubstrahl beibringen, wobei er es glaube ich bald selber lernt, ne? Nix wechseln selber. Oh, komm schon, Alter. Deckel, Deckel, Deckel. Oh, bitte nicht verwirrt. Das ist jetzt nicht wahr! Oh, was, was, was? Ah, tue ich da. Mann, Oh, nix. Erdbe... Steinhagel, Steinhagel, Steinhagel. Ich... Glaubst du dir wohl? Sag mal, was geht bei dir denn ab, ey? Ja, nicht gewirft, ey. Um... Kleine... Was? So. Wo geht's denn hier? Ich muss in die Stadt. Leute, lass mich mal hier raus. Hallo! Ah, Turbo gegen die Wand treten. Scheiße, ey. Ein Rotz ist das. Jetzt haben wir ein schlafendes Stilllock, ey. Und ich denke mir noch so, ach... Aufwecker brauchen wir nicht. Das ist ein so seltenes Dingens. Oder hab ich das mitgenommen? Superpulsum. Paralyseheiler. Einen Supertrank können wir gebrauchen. Oh, jetzt schon, Alter. Ich wollte mir das aufheben. Aber Stilllock... Wir... Wir... Wir tryen jetzt mal ein bisschen. Ich speichere jetzt hier mal ab und guck mal, wie die nächsten Kämpfer laufen. Ach, da ist ja auch noch einer. Ich dachte nur da oben. Okay. Meine Pokémon sind bright! Sind voll breit! Wie breit! Ja, halt. Ah, ist aufgewacht. Das ist doch schon mal eine wunderbare Sache. Schaufler gegen Porenta. Wird das was bringen? Ich glaube fast nicht. Ich probiere es gar nicht ernst. Oh, Mann, Alter. Sandsturm ist so eine Shit-Attacke, Alter. Ich bekomme... Krebs, um zu gucken. Das ist doch nicht... Alter! Kommen schon die zwei KP, diese Scheiß-Wienhurt. Geht doch, Alter. Das war an der Scheiße hier zu schwer. Ja. Ach, du heilige Wurst. Nee, ne? Alter. Ich hasse es, Alter. Ich hasse Statusveränderung. Bei mir. Sonst sind sie geil. Wer macht das? Ich doch Blizzard. Ach, ja. Das hat ja auch nicht... Das kann von mir so weitergehen. Oh, es macht da... So, was bist du... Was bildest du dir? Ein... Wer du bist. Alter. Ey, jetzt macht mich das Fisch wirklich noch mit Blizzard platt, obwohl das nur 7 KP zieht. Mann, wach auf, du Hund. Wieso wechselt ich das, weil das, das da ist, macht sowieso keinen Unterschied. Ja, läuft bei euch. Sag mal, kannst du mal... So. Ey, das bringt doch sowieso nichts. Ich... Aber warte, warte, Supertrank. Auch wenn das jetzt voll die dumme Idee ist. Mal los. Was war das denn? Ich dachte, der Emulator ist abgestürzt. Dem war aber eben nicht so. Oh ja, rennt bei dir, Alter. Muss man echt sagen. Geht steil. Ja, läuft doch. Warum ging das denn nicht gleich so? Pässe. Ey, Leute. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, in die Stadt zu kommen. Bla, 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 bla. Ich krieg einfach nicht genug von dieser Musik, denn sie ist ganz cool und so sie ist immer das gleiche, aber es ist ein echter Ohrwurm, bla. Spieler. Gambler heißen die hier. Okay. Ja. Ja. Schaufler. Weg. Und... Oh, schönes, äh, schönes Dingens. Galoppa. Naja, tschüss. Denn ich bin immer noch der Beste. Und keiner kann mir was dran haben. Und wieder die Arenaleitermusik. Ich kann das nicht. So, Horn Drill, Horn Bohrer. Ja, ganz bestimmt nicht, mein Lieber. Ja, boah, ich dachte mal mein Horn. Das hörte sich jetzt, glaube ich, schlimmer an, als es im Endeffekt war. Aber die geben ordentlich Kohle. Wie viel haben wir jetzt? Ey, dass ich mich jemals bei einem Poker-Spiel so viel Kohle interessiert, ist, wir haben nie ein Problem. 8400, damit haben wir auf jeden Fall schon mal einiges wieder drin, was wir von außen gegeben haben. Ich glaube sogar noch ein Tickchen mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, komm, ich hab noch nie gewonnen. Das wird sich auch nicht ändern, wenn du mit mir in Polita kommst. Und ich dich jetzt hier wegschaufel. Ich hab's geahnt. Naja. Junge. Wie viel denn noch? Waren das auch so viel in der normalen Version? Da haben sie doch welche Zwischengeborgen. Komm schon. Den hab ich richtig gezeigt, Bruder. Jetzt hab ich keinen Tourtop mehr. Fuck this shit. Das bringt nichts. Ey, das ist zwar sehr effektiv hier, aber das bringt alles nichts. Ja, das ist jetzt so ne... Das ist jetzt... Nur damit ich den... Damit ich den... Damit ich den... Ja, komm. Ja, bla. Ja, ich krieg da den weg. So. Als allererstes... Markt. Und doch schon Pokébälle holen. Zwar am besten gleich ein ganzes Dutzend. Boah! Was haben die Spaß mit unserem Geld abgel... Der Bengel, alter. Dem zieh ich jetzt aber sowas von die Eier lang, alter. Nein, ich will mehr. Dieser Rotzlöffel, alter. Dieser kleine Rotzlöffel. Ja. Hat ihn leider voll, alter. 3000 Pokédollar. Haben wir über... Über 3000. Ja, okay. Ich hab jetzt was gekauft. Aber ich glaube sogar über 3000. Du kleiner Geier, alter. Dir zieh ich jetzt erstmal die Hammelbeine lang, mein Lieber. Wenn ich von Hammelbeinen rede, ja? Mein, ich hack dir den Kopf ab, alter. Junge. Damit kann ich gar nicht. Mann. Ups. Jetzt. Ja. Ich hau dir aufs Maul mit meinem Smetball. Hier, friss das. Ja, das hat hart funktioniert. Ja, du. So. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt ist die Überlegung. Nein, das ist Level 15. Was überlege ich da überhaupt? Ja, aber er ist wieder wach. Das war so klar, alter. Das war so scheiß mit klar. Ja, komm jetzt. Hau ihn kaputt. Wenn's mit Wickel ist. Mann, du blöde. Was ist denn? Jetzt hab ich schon Olics nicht mehr. Ey, das ist ja wunderbärschen. Geh kaputt. Geh kaputt, Junge. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht Paraheile. Äh, bitte nicht Paraheile. Apropos Paraheile. Ich glaube, ich hab noch ein Paraheile, aber ich will das Viech erst besiegen. Das wird doch, das muss doch, das kann doch nur funktionieren. Ja. Level 38 einfach mal Level übersprungen, oder hab ich gerade eins verpasst? Nee, er hatte schon eins. Ja, komm. Und Totock entwickelt sich. Ha, Spaß. So, Item. Boah, Onix ist schon wieder besiegt, Alter. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut, my friends. Ähm, Paraheile, nur drei Stück von einem. Ja. Da, 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 da. Ja, komm. Nimm, wenn's dich glücklich macht. So, abspeichern, damit wir die Kaka auch haben. Und noch ein. Ich hab keinen Bock mehr. Den haben wir vorne. Smetbo, das kann so nicht bleiben. Switch, my friend. Ähm, was hatte ich da, war es nochmal... Schauf war, ne? Oh, nicht die Effettie. Ah, kacke, du, 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 du! Oh, ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr. Ich will das Spiel nicht probieren. Watergang. So. Oh, Mann, wie viele denn noch? Ey, das... Warte mal, was brauch ich jetzt überhaupt? Paralyse. Ey, das ist alles, was ich habe, Leute. Warum zieht ihr mir denn jeden Scheiß aus dem... Paralyseheiler, den vorletzten... Das ist aber bestimmt nicht so bleiben, wird er wir das Schiff erreichen, dann haben wir nicht mehr unser Fahrrad, weil wir das... Keine Ahnung. So, zack, zack. Bla, bla, pass gut auf. Ich geb dir... Pass gut auf. So. Nein. Wir haben die Chance. Ja, 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 beste, beste Strategie! Alter! Ich... Seit zehn Jahren funktioniert das! Schaufler einsetzen, er macht Explosionen, beziehungsweise Finale. Booyah! Funktioniert! Hat ein Baul. Funktioniert, Alter! Ich freu mich grad auch nur, weil es einfach seit über zehn Jahren bei mir funktioniert. Es läuft bei mir seit zehn Jahren, Alter. Ich hab einfach immer dieses Glück. So. Selber Mistkerl. Jetzt... Aber das nimmt überhaupt gar kein Ende mehr. Ich... Jetzt sind es aber wirklich mehr, als in der Originalversion. Das kann nicht sein, dass da so viele Trainer gewesen sind. Wo kommen denn alle her? Ja! So, ich hoffe dasselbe funktioniert jetzt auch wieder. Ja! Motherfucker, Alter! Ich geb euch! Wer ist jetzt der Coole? So, gehen wir da nicht so... Hä, was hab ich denn gemacht? Ich hab... Ich hab doch nur vorgespult! Ich hab nur vorgespult! Ich hab keine... Ich hab keine Attacke eingesetzt. Was hat denn der gemacht? Oder ich? Ist auch egal. Hauptsache er ist weg. Oh, ja, oh! Ey, Leute, wir haben nur noch... Ey, wir haben geschaffen nur noch ein paar Mal. Ich brauch eigentlich... Warte mal, wir haben... Wir haben... Äther. Das... Füllt AP... Äh, AP... Füllt das AP wieder auf? Oder verändert das den... Ne, das ist AP Plus. Ja, wir haben ja noch Äther. Das ist ja schon mal immer etwas. Alter, jetzt longt das aber mal. Buh... 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 Ja, da kann ich jetzt nicht mit einer Wasserattacke kommen. Wie hätt ich viel... F... Oder Tackle? Nein, Mann, Alter. So. Jetzt mach ich's aber trotzdem, damit wir... Ups. Damit wir zumindest irgendwas schaffen. Ich bringe ihm... Ich bringe meinen guten Freund Blubstrahl bei... Bubblebeam... Bumblebee... Miaozi kann Blubstrahl? Warum denn das? Genauso wie Radfrads Aquaknarre kann. Das sind alles so attacklich. Versteh ich nicht. Die wollen nicht in meinen Kopf. Ja, da freut er sich. Ich bin aufs Fahrrad. Ja, das ist ne gute Sache. Ta-da-da-da... Jaaaaaaah... Zu leid, das müssen das sein. So. Speichern. Und wir gehen unvorbereitet auf dieses Schiff. Was sagt er uns? Es ist alles ein Lokforschiff. Verkommen einmal im Jahr nach Vermeule an Oranje City hier ist die SS an haben sie dann ein Tick-Watt ey, sorry, aber dieses SS an ist einfach so der Brüller so rein da ach guck mal jetzt hat er hier der nette Herr Hecke hat den LKW nach vorne verlegt, dass man sich das hier auch mal ein bisschen näher ansehen kann vielleicht hat man ja da jetzt die Möglichkeit 3 Mews zu fangen hier kann man sogar Surfer einsetzen ja, witzig, hätte man davor auch boah, die Musik geht mir grad voll auf und sagt, wenn ich ganz ehrlich bin die Piepst so im Ohr sooo, schöne Musik meine lieben Freunde wir haben es zumindest geschafft das Schiff zu erreichen was jetzt alles folgt wissen wir nicht aber wir werden es erfahren im nächsten Part von Let's Play Pokémon Blau Kaizo mit dem Lenny ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal, hauen wir rein Leute, ciao, und dat is klar! zum nächsten Mal! komm zum nächsten Mal, hor �